Jo Leute was geht ab, herzlich willkommen zur mittlerweile schon 12. Folge von Minecraft schnell und einfach und heute werde ich euch einen Trick zeigen, wie man in Minecraft das Drachenei abbauen kann und damit wünsche ich euch viel Spaß. Ja wie gesagt, es gibt einen Trick, wie ihr in Minecraft das Drachenei abbauen könnt, das ist übrigens eines der seltensten Items überhaupt in Minecraft, denn man kann pro Minecraft Welt rein theoretisch nur ein einziges Drachenei abbauen und haben, außer man benutzt jetzt natürlich irgendwelche Bugs oder Glitches oder man spielt irgendwelche Mods, aber so im normalen Minecraft sag ich mal, kann man halt nur ein einziges Drachenei besitzen und abbauen und um diesen Trick jetzt zu benutzen, müsst ihr natürlich erstmal ins Ende gehen und dort auch den Drachen besiegt haben, denn nur dann spawnt ja überhaupt das Drachenei erstmal und wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert, könnt ihr in die Beschreibung gucken, da habe ich euch mal Videos verlinkt, wie man ins Ende findet und auch wie man den Drachen besiegen kann, nur falls ihr interessiert seid eben und wenn ihr jetzt am Ende seid und den Drachen wie gesagt besiegt habt, dann entsteht ja zum einen dieses Portal, mit dem ihr wieder in die normale Welt kommt und in der Mitte von dem Portal ist dann so eine Säule und auf dieser Säule oben drauf ist dann auch das Drachenei und wenn ihr das jetzt versucht abzubauen mit links oder mit rechts klickt, dann werdet ihr sehen, man kann es gar nicht abbauen, sondern es wird sich nur hin und her teleportieren, allerdings gibt es halt wie gesagt diesen Trick, mit dem ihr das Ganze dann abbauen müsst oder abbauen könnt, wenn ihr wollt und für diesen Trick braucht ihr halt nur zwei Sachen und zwar zum einen braucht ihr einen Pisten und zum anderen braucht ihr einen Schalter und dann könnt ihr nämlich einfach neben das Drachenei den Pisten so platzieren, dass er quasi ins Drachenei reinschieben würde und dann könnt ihr einfach den Schalter daneben setzen und dann auch den Pisten aktivieren und das wird dann nämlich dafür sorgen, dass das Drachenei eben als Item droppt und ihr könnt es dann einsammeln und wenn ihr wollt nochmal irgendwo neu platzieren in eurer Welt und das war eigentlich schon der ganze Trick, ich hoffe es hat euch soweit gefallen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, könnt ihr gerne Drachenei in die Kommentare schreiben und dann sonst natürlich auch den Kanal abonnieren, das geht auch sehr schnell und einfach, genau wie der Trick heute und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao